ja hallo ihr lieben es geht weiter mit meiner reihe liebe chip basics heute reden wir bei die spannende frage die glaube ich viele beschäftigt wann bin ich wieder bereit zu daten also gerade nach toxischen beziehungen sollte man ja nicht so ganz schnell wieder daten oder wenn ich so eine liebessüchtigen toxischen beziehung war also völlig unter die räder gekommen schrecklichen liebenskummer empfehle ich ja mal eine pause zu machen von zumindest einigen monaten aber wann bin ich denn eigentlich bereit zum daten also spoiler kann ich schon mal sagen es dauert länger als man denkt man denkt hoffe ich man ist soweit und dann merkt man ja ich bin doch gar nicht soweit deswegen mal vier anzeichen heute dass du bereit bist zu daten unterstützung bei mir auf liebe chip punkt e findest du bei den dating kursen dating in der polarität viel kurse die viele schon gemacht haben es gibt einen für männer einen für frauen und auch in meinem ersten buch der liebes code kann ich dazu sehr empfehlen und natürlich basteln wir extra für euch eine ganz neue dating app gerade soul matching auf soul matching punkt de kann sich da schon mal vormerken und wird gerade entwickelt und ja wird in wenigen wochen auf den markt kommen so genau ja was gibt es denn nun für anzeichen dass man so weit ist erstes anzeichen du fühlst dich absolut wohl in deiner haut als single jetzt ich nehme das wie du natürlich gerade auf so in corona zeiten muss natürlich abstriche machen was wohlfühlen angeht gerade so aber jetzt wenn wir das mal außen vor lassen du fühlst dich wohl als single du fühlst dich wohl in deinem leben du hast ein einigermaßen nice geiles leben du hast daran gearbeitet du weiß ich weiß ich nicht fühlst dich wohl in deinem körper fühlt sich okay fühlt sich nicht zu alt zu dick zu hässlich du hast das gefühl dein leben macht auch sinn ohne beziehung das ist klar du hättest gerne eine aber das ist alles wunderbar wie es halt so ist mit allen abstrichen die das leben so zu bringt aber du kannst wirklich sagen ja ich kann jetzt dieses leben so leben und ich muss jetzt nicht unbedingt innerhalb von zwei wochen neuen partner finden sonst gibt gibt es gar nicht diesen zustand hast du nicht mehr also du hast genug nice geiles leben das ist mal punkt eins punkt zwei und der ist wirklich wichtig bin ich selber erst drauf gekommen neulich als ich was gelesen habe dazu du hast wieder spaß am daten also hast wieder richtig bock zu daten du hast keine angst mehr davor dass du gegostet wirst weil du denkst hey kostet mich eben jemand was soll es mir scheißegal irgendwie du hast keine angst mehr an nazisten nazisten zu geraten weil du weißt hey ich habe meine standard lektion gelernt ich weiß dass ich nicht mehr weil sie nicht so ein übergewicht auf chemie lege oder irgendwelche äußeren faktoren oder status faktoren oder irgendwie sowas habt ihr meine lektion gelernt und dass du merkst dass du da jetzt einfach genießen kannst dass du den moment genießen kannst dass du nicht zusammenbrichst wenn sie nicht weitergehen oder wenn sich jemand nicht mehr meldet dass du dann denkst ja okay was soll es halt nicht gepasst schau mal weiter du fühlst dich wohl in deiner haut auch da du lässt dich nicht mehr klein machen von jemand der dich kritisiert das interessiert dich einfach gar nicht mehr allerdings ja was soll hat halt diese alten muster drauf will dich nicht mehr du fühlst dich gut genug du denkst nicht musste ich weil sie nicht ständig verändern nur um gewollt zu werden von irgendjemand du kannst du selbst sein bis auf dem date du selbst du sagst was du denkst ohne jetzt aber auch nicht so überschnippisch und hart zu sein und du genießt einfach deine dates und all diese ganzen fragen interessieren dich einfach nicht mehr und nix ja was soll's schauen wir mal was der abend schönes bringt so ja punkt 3 du hast kein problem jemand zu nächsten was ich immer sage next ne also zu sagen also du zwischen uns dass wir nix irgendwie du hast weil du eben klare standards und grenzen hast und wenn du merkst dass jemand ja halbe stunde spät auf dem date kommt meinetwegen nicht beim ersten mal weil er vielleicht einen super guten grund hat aber jemand das zweite mal zu spät kommt oder kritisierte ich oder er putze ich runter oder erzählt hier blech oder dein bauchgefühl meldet sich dass du dann sagen kannst das war es das war es nächster kein bock drauf und dann auch die nummer löscht und auch wenn wenn sich diese person dann wieder meldet dass du denkst nein ist raus ist raus das war es du hast deine chance gehabt und das leben geht weiter so ne das ist super wichtiger punkt und ja dieses das ist ja was ich mal trennungskompetenz denn da braucht man halt im dating super wichtig und ja du hast da eben keinen keinen stress mit ja jemanden zu nächsten halten und und denkst dann auch erst mal an dich und nicht wieder an wie es dem anderen damit geht oder ob der das nicht will oder oder was weiß ich sondern auch musste dem auch nicht erklären du musst ihn auch nicht retten du musst ihm auch nicht ein buch über bindungsangst kaufen sagt einfach es passt nicht und weiter geht's so und jetzt der vierte punkt fällt mir nicht ja der vierte punkt ist dass du auch so eine schräge art gar nicht mehr so richtig weißt ob du überhaupt in eine beziehung willst so wo du denkst du hast ja ich gerade ganz nett das single dasein und ja eigentlich eigentlich will ich schon eine beziehung aber es gibt gibt es irgendwie so ein so ein gefühl von alles ist möglich und wenn nicht dann nicht und vielleicht keine ahnung vielleicht hättest du das mal rum oder vielleicht probierst du mal was lockeres aus eine freundschaft plus und und du bist gar nicht mehr so richtig früher warst du ja vielleicht so völlig sicher auf jeden fall will ich beziehung bis ans lebensende und jetzt ist irgendwie so eine lockere haltung daraus entstanden wo du ja wo du dich ganz neu kennenlernst und weiß ich nicht einfach lust hast auch mal gucken also quasi wie so ein kind passt jetzt nicht zu dating oder wie so ein jugendlicher der einfach sagt auch mal gucken was das so bringt ich bin offen für alles das ist komischerweise eine haltung wo man besonders gut in gesunde langfristige beziehung kommt das verrückt aber dass er bei allen sachen im leben so dass man darf sie sich und soll sie sich wünschen aber wenn man diesem wunsch aus dem mangel spricht so ich muss das mit dem kam ich muss es unbedingt haben dann wird schwierig so aber wenn ich jetzt mal extremes beispiel wenn ich eine millionen auf dem konto habe und so auch eine zweite millionen wäre auch ganz lustig aber muss nicht was soll es dann wird die zweite millionen wahrscheinlich relativ schnell dazu stoßen so ne und so ist es beim dating auch also wenn du satt bist und nicht hungrig einkaufen gehst wie ich immer sage sondern satt einkaufen gehst und somit der haltung ja vielleicht kaufe ich auch gar nichts ein oder vielleicht kaufen eine pizza oder ich kopf salat oder keine ahnung mal gucken was sich gerade richtig anfühlt dann wirst du verrückterweise die richtigen sachen einkaufen und das universum ja schickt ihr mit leichtigkeit etwas wo du vorher meintest so wild rum kämpfen zu müssen ja soweit freue mich auch über euer feedback habt spaß beim daten wenn es wieder geht gerade macht es glaube ich nicht so ein spaß in der corona zeit würde ich mal wird ja gerade immer schwieriger aber wenn ich bin ganz optimistisch wenn soul matching auf dem markt ist dann geht die post ab macht mit und ich freue mich euch ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020